So und Willkommen zurück zur Lumberjacks Dynasty. Äh, ups, nein, nicht. Ich habe mich jetzt entschlossen, doch noch ein paar mehr Bäume zu fällen von meinen bestehenden Grundstücken. Hm, ja. Äh, irgendwie fährt mein Traktor nicht korrekt. Aufhängen, ankuppeln. Jetzt. Okay, der hat irgendwie Schlagseite der Traktor. Was ist mit dem los? Aussteigen. Okay, jetzt sieht er wieder normal aus. So. Hier, der eine, der muss ein toter Baum sein. Den machen wir weg. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel. Ah, der da drüben sieht eigentlich auch ganz stattlich aus. Du. Ja, komm. Dich auch noch. Okay. Oh, Mann. Okay, und der. Baum fällt. Und der da drüben. So, bleib mal stehen. So, bleib mal stehen. So, jetzt kürzen. So, du bleibst stehen, du bist auf jeden Fall zu klein. Na? Komm? Komm schon. So, Äste ab. So, ab, ta, führer. So, und den wollte ich noch. Und mehr können wir auf dem, auf der Parzelle nicht wegmachen. So, das muss nachwachsen. Baumfeld. So, jetzt. Ich glaube, es war die erste Parzelle, die wir gekauft hatten. So. Einsteigen. Nehmen wir erstmal den kleinen hier. Oh. Wollen wir da ran? Ah. Hatten wir doch gerade gesehen. So. Na. Fallen lassen. Greifen. Fallen lassen. Oh. Äh. Moment. Oh Gott. Die Stämme spuken wieder. Äh. Die Stämme spuken wieder. Äh. Und Arbeitslicht machen wir mal an. So. Rein da. Reifen. Zugreifen. Oh Gott, jetzt fahren wir noch rüber. Da ist noch ein Baumstumpf drüber. Und verlieren einen Stamm. Naja gut, komm, den holen wir bei der nächsten Fore mit ab. Sowas passt hier immer drauf. Na, greift zu. Ich glaube nicht, dass wir die alle hier drauf bekommen. Ich fahre auch gerade wieder letzte Henker. Roll doch nicht so weit immer. Rückwärtsgang ist gerade irgendwie bescheiden. Nein. Greift zu. Na komm. Hält der? Jawoll. So. Jetzt noch der eine. Nein, da sind ja noch mehr kleine. Oh Gott. Äh. Ganz vergessen. Greift zu. Na komm. Ah, das gibt's ja nicht. Ah doch, jetzt hält er. Ja, hält. So. Letzter Stamm. Oh Gott. Leute. Fahrt. Nicht so rücksichtslos. Dann. Die RAM. Uhrzeit schauen. 22 37. Alles klar. Oh Gott. Ins Wasser. Ins Wasser. Oh Gott. 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 Das war's für heute. Und weiter geht's. Immer mehr Holz ins Wasser. Ach, da ist noch so ein Mini-Ding drunter. So, greift zu. Wie sieht's aus? Okay, sie schwimmen. Sie are swimming to the end of the water. So, kurz schauen. Ist die Säge noch ausgewählt? Jawohl. So, kurz markieren. Fichte Kiefer. Fichte 22. Ich glaube hier werden wir noch ein paar weg machen. Und das ist jetzt alles mitten in der Nacht. Aber vielleicht brauche ich da nicht unbedingt die Kamera mitlaufen lassen. Das ist hier alles eher langweilig. So. Hier lassen wir den Traktor hier stehen. Die sehen mir alle ein bisschen dünn aus. Uh, okay. Da waren auch schon krasse Dinger bei. Also, die zwei hier. Da sag ich mal ja. Der sieht auch ein bisschen kahl aus. Das ist da auch noch mein Grundstück, oder? Ich mach mal hier ein paar weg. Ja. Ja. Dann fällen wir in diese Richtung. Bam. Zack. Baum fällt. Baum fällt. Baum fällt. Und damit beende ich diese Folge. Tschüss, ciao, bye, bye.